Na, was haben wir denn da? Ein Paket? Ein Harry Potter Paket? Hallo Leute, schön, dass ihr auch wieder da seid und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich Post bekommen. Und zwar sehr bedeutsame Post vom Harry Potter Fan Event am 1. September in Hamburg. Wer mir schon länger folgt und mich aktiv begleitet hier auf YouTube, weiß, dass ich am 1. September mit dort am Start sein werde. Ich freue mich riesig. Mir wurde auch schon ein solches Paket angekündigt. Allerdings weiß ich überhaupt nicht, was dort drin versteckt ist und was ich da gleich rausholen werde. Nur, dass ich eben eins bekommen werde. Das Ganze hat eben mit meiner Einladung zu tun. Das heißt, das ist irgendwas Spezielleres. Es sind einige coole Überraschungen dabei. So viel wurde ich schon angeteast. Und Leute, ganz ehrlich, ich rede immer gerne am Anfang viel und doll. Und ja, aber ich glaube, wir öffnen es einfach mal. Denn wenn ich euch jetzt mein Handy zeigen könnte, dann würdet ihr sehen, dass wir 10 Minuten vor Mitternacht haben. 23.50 Uhr. Wir sind hier gerade frisch von Holland nach Hause gekommen aus dem Urlaub. Und nehmen jetzt noch dieses Video auf, weil der 1. September ist ja nicht mehr in allzu weiter Ferne. Dann soll dieses Video hier, dieses Unboxing natürlich noch vorher kommen. Also, Paket haben wir hier am Start und ich würde sagen, machen wir das Ganze mal auf. Die Schere ist am Start, Leute. Und ich suche mal hier das Klebeband. Und da habe ich es auch schon direkt beim ersten Anlauf gefunden. Ist vielleicht ein gutes Omen. Ich kann nicht leugnen, dass ich sehr, sehr aufgeregt bin. Und das mitunter auch ein Grund dafür war... Na, gehst du wohl auf, dass ich dieses Video hier sehr schnell aufnehmen wollte. Weil sonst hätte das bedeutet, dass ich noch eine Nacht hätte schlafen müssen, bis ich das dann morgen öffnen kann. Und so lange kann ich bei Gott nicht darauf warten. So, wir machen es mal auf. Dort, 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 dort. Oh, oh, wow. Okay, Leute, ich bin hype. Ich lege mal eine Sache ein bisschen weiter weg. So. Und ihr seht, wir haben hier ein Paket mit sehr vielen blauen... Warum blau? Hat da wieder etwa jemand mein Hausfetch? Haben die meine Folge von Cinema Strikes Back gesehen, wo ich die Ravenclaw-Kawatte auf dem Thumbnail getragen habe? Liebe Leute vom Harry-Potter-Event in Hamburg, ich bin Hufflepuff. Hufflepuff, Leute. Ihr wisst es alle. Ich habe alles hier von Hufflepuff und... Ja, oder es war einfach nur Zufall mit dem blauen Papier. Wir haben hier erstmal einen Brief drin, auf dem steht einfach Daniel. Und es ist nicht irgendein Brief, sondern es ist in der Tat der Hogwarts-Brief, Leute. 28 Jahre, musste ich darauf warten. 28 grausame Jahre, in denen ich nicht nach Hogwarts gehen durfte. Und jetzt habe ich ihn in meinen Händen. Bisschen ungewöhnlich, wie der mir geschickt wurde. Normalerweise kommen ja Eulen dafür, aber... Naja, wollen wir mal nicht so sein. So, und wir machen ihn mal auf und holen mal heraus, was da auf mich wartet. Ein Zettel, ein Brief. Lieber Daniel, am 1. September geht es zurück nach Hogwarts. Dieses Jahr startet unsere Reise am Hamburger Großmarkt, wo sich die Tore zum ersten Back-to-Hogwarts-Fan-Event in Deutschland öffnen. Wir freuen uns, dich zu diesem zauberhaften Tag einzuladen. Dich erwartet ein magisches Programm auf zwei Bühnen mit Lesungen, Talks, Quizzes, Zauberstab, was, Choreos und exklusiven Showkostproben von Harry Potter und das verwunschene Kind. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Ivana Lynch, bekannt als Luna Lovegood. Pünktlich um 11 Uhr wird Ivana bei der offiziellen Eröffnungszeremonie gemeinsam mit einem weiteren VIP-Gas, oh, 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 äh, und allen Teilnehmenden ihren Zauberstab in den Himmel heben. Wands up! Wir freuen uns darauf, diesen magischen Tag mit dir zu erleben. Mit magischen Grüßen, das Harry Potter SGC-Team. Ist doch ein C, oder? Ich glaube schon. Dieser Zettel, dieser Brief hier hat mir eigentlich im Groben schon vorweggenommen, was es mit diesem Event auf sich hat, denn eigentlich wollte ich am Anfang des Videos nochmal kurz drauf eingehen, was da alles passiert und was wir da so erwarten können. Die Information, dass Ivana Lynch vor Ort sein soll, ja, die hätte ich euch auch gesagt und die wurde mir hier vom Brief vorweggenommen. Sie ist tatsächlich am Start, Leute, die Schauspielerin von Luna Lovegood. Ich freue mich riesig darüber. Was ich allerdings spannend fand, es wird von einem weiteren VIP-Gast gesprochen. Ob ich damit gemeint bin? Ist es hier die Frage? Wahrscheinlich nicht. Schreibt mal eure Vermutung in die Kommentare, wer ihr glaubt, wer da eingeladen wurde. Also, ich bin auf jeden Fall hyped, aber das war es ja noch nicht mit diesem Paket. Denn unter diesem blauen Papierzeugs verbirgt sich, oh mein Gott, einiges. Oh, die sind aber großzügig. Leute, schaut mal, was ich hier aus dem Ganzen hervorhole. Ich habe jetzt einfach meinen eigenen großartigen sprechenden Hut, der sogar reden kann. Warte. Nein, eben nicht. Ich bin nicht in Raven... Wieso sagt ihr denn, dass ich in Ravenclaw bin? Hä? Die wollen mich doch alle mobben. Also, dieser sprechende Hut ist offensichtlich nicht ganz funktionsfähig, Leute. Der hat irgendwie einen Schaden, eine Macke oder weiß auch nicht so ganz genau. Schatz, möchtest du den mal aufsetzen? So, ich setze dir jetzt feierlich den sprechenden Hut auf. Mal schauen, was er bei dir sagt. Just an oil, true, yes, clearly, Kakao, Kakao. Mann, das gibt es doch gar nicht. Groß, runter da, der ist kaputt. Runter, weg, hier, weg, hier mein Platz. Tschüss, tschüss, tschau, Kakao. Dieser wunderschöne sprechende Hut funktioniert leider nicht. Aber er ist schön, er ist toll zum Anschauen und er ist ganz cute, ne? Also, besser haben als brauchen, ist meine Devise. So, das nächste, was wir da drin haben, ist, oh mein Gott, Harry Potters Zauberstab. Hier, da sieht man das kleine Namensschildchen, da steht Harry Potter drauf. Und da, ne, unverkennbar und absolut einzigartig im Geschmack Harrys Zauberstab. Hey, das ist fast eine komplette Grundausrüstung für das erste Hogwarts-Schuljahr. So, Zauberstab, der sprechende Hut, den man halt aufgesetzt bekommt, der Hogwarts-Brief. Na, da bin ich mal gespannt, was da noch auf uns wartet. Wir haben einen Schokofrosch dabei, mit einer Überraschungskarte, die da wohl noch mit drin sein soll. Okay, okay. Ja, der wird bestimmt lecker. Ich stehe zwar nicht so sehr auf Vollmilchschokolade, aber ich kenne jemanden hinter der Kamera. Die mag ganz gerne Vollmilchschokolade. So, dann haben... Was ist das? Ah, cool, die kenne ich noch gar nicht. Das sind Butterbeer-Jellybellys. Also, ähm, ja. Diese Bohnen in allen Geschmacksrichtungen, nur diesmal nur in Butterbeer-Geschmack. Also nicht in allen, sondern nur in Butterbeer-Geschmack. Wenn wir schon bei Jellybellys sind, wir haben zwei davon drin, ne, auch nicht schlecht. Und dann haben wir, oh mein Gott, hier haben wir noch eine Originalpackung von den Bertiebots-Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Diesmal aber auch in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Oder in vielen Geschmacksrichtungen. Ja, Every Flavor Beans. Geleebohnen. Genau, ich, äh, kenne die gut. Sind lecker. Manchmal. So, dann haben wir... Was ist das hier? Das weiß ich nicht. Wir haben anscheinend... Ach, das... Ah, unser Ticket zum Gleis 9 3 Viertel wird hier dargestellt durch Schokolade. Das ist nämlich, äh, ja. Ja, Gleis 9 3 Viertel, Bahnkarten, Milk Chocolate with Crisp Rice. Also mit knusprigen... Crisp, knusprig, oder? Ja, Rice. Sehr viele Süßigkeiten, finde ich wirklich toll. So, und dann... Okay, ich muss mich... Ich muss mich bei den Leuten, äh, vom Harry Potter Fan-Event in Hamburg entschuldigen. Anscheinend wissen sie sehr wohl, dass ich ein Hufflepuff bin. Ich habe Hufflepuff-Söckchen bekommen. Oh, die möchte ich mir direkt anziehen. Warte, das, äh, muss kurz sein. Eine Sekunde. Ja, Leute. Für alle Fußfetischisten habe ich hier einmal meine neuen Hufflepuff-Söckchen. Sind sie nicht wunderschön? Hier mit dem Logo. Und so schön in schwarz und gelb. Jo, mir gefallen sie sehr, sehr gut. So, das reicht jetzt. Los, kommt wieder nach oben. Gut, und das war offensichtlich kein einfacher Fehlgriff von den Verantwortlichen. Denn sie haben mir auch noch einen neuen Hufflepuff-Schal dazu geschickt. Yay! Davon habe ich, glaube ich, auch schon einen, aber nicht mit einem Wappen dabei. Zumindest weiß ich nicht von einem Wappen dabei. Aber das hier ist einer mit Wappen. Und, ey, Leute, das ist richtig geil. Ich bin einfach perfekt schon eingekleidet für das Fan-Event. Gut, das findet... Ist der 1. September noch Sommer? Mehr oder weniger, ne? Also, es ist Anfang Herbst. Da kann man, glaube ich... Naja, ob ich einen Schal mitnehme, weiß ich noch nicht. Vielleicht einfach wegen des Stils und weil es ein Hufflepuff-Schal ist. Aber eingekleidet wurde ich hier auf jeden Fall schon mal gut. Das ist toll. So, Leute, jetzt haben wir noch eine einzige große, besondere Sache hier drin. Und das ist tatsächlich ein Geschenk für euch da draußen. Mir haben die Leute vom Harry Potter Fan-Event noch ein goldenes Ticket mit dabei gelegt. Dieses wundervolle, goldene Ticket wird an einen oder eine von euch da draußen gehen. Gewinn zu einer Vorstellung deiner Wahl inklusive Begleitung. Ja, äh, zu einer Vorstellung deiner Wahl bedeutet, dass ihr euch Harry Potter and the Cursed Child mit einer Begleitperson in Hamburg anschauen könnt. Und, ja, das könnt ihr gewinnen. Einen Eintritt ins Theaterstück. Mega cool. Ich werde übrigens am 1. September auch im Theaterstück, äh, unterwegs sein. Also, mir das auch zum ersten Mal anschauen. Ich freue mich schon riesig drauf, denn, ja, Leute, es ist eine absolute Schande, dass ich selber noch nie drin war. Aber es hat sich bisher leider nie so richtig ergeben. Und ich bin super, super, mega gespannt. Ja, und vielleicht ist ja jetzt jemand hier dabei, der es bis zum 1. September gewinnt. Wir werden auf jeden Fall das Ganze vorm 1. September, äh, auslosen. Und dann auch das Ticket an die Person weiterschicken. Genau, und wenn du das Ganze hier gewinnen möchtest, wenn du das goldene Ticket gewinnen möchtest, hast du folgende Dinge zu erledigen. Einmal einen Kommentar unter dieses Video hier schreiben mit dem Hashtag HP Hamburg. HP Hamburg, also Harry Potter Hamburg, Leute. Genau, und dazu einfach mal schreiben, warum ihr unbedingt dieses Ticket hier haben wollt. Und, äh, ja, seid kreativ, überlegt euch was und, ähm, ich bin gespannt, was ich da so alles lesen werde. Ähm, wir werden das Ganze zufällig auswählen. Das heißt, das Ganze wird nicht von mir bestimmt passieren, sondern durch einen Zufallsgenerator. Ja, ich denke, das ist auch die faireste Idee, damit umzugehen. Dem oder der Gewinnerin werden wir dann unter dem Kommentar antworten. Und dann, äh, ja, wird alles Weitere geklärt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass, äh, ich die Möglichkeit bekomme, hier ein solches Ticket an euch rauszugeben. Das war's jetzt soweit. Hier ist nur noch blaues Papier drin. Aber jetzt gilt meiner Vorfreude erstmal das Harry Potter Event in Hamburg, wo wir am 1. September vor Ort sein werden. Mit mir meine ich mich, Sophia und Jerome, der auch dabei sein wird. Es wird wieder ein extrem professionell gedrehter Vlog davon entstehen. Und der wird euch auch dann kurz nach dem Event auf meinem Kanal erwarten. Und ich freue mich riesig darüber, dass Jerome auch dabei ist und wieder die Kamera führt. Und ich hoffe, dass wir einige von euch dort treffen werden. Ähm, sprecht mich gerne an, jederzeit. Ihr wisst Bescheid, ich weiß so nicht. Außer ich habe Hunger. Ja, dann sind wir mal alle gespannt, was uns da erwarten wird. Ich freue mich sehr. Und in diesem Sinne, Leute, habt noch einen wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute.